Ich werde jetzt mal ein Intro aufnehmen, ich werde aber bestimmt am Schluss noch eins aufnehmen, weil ich selber noch keinen Plan habe, was ich mache. Ich schneide das bloß nicht ins Video. Leute lieben und schön, dass ihr haben startet zu einem neuen Video. Ich habe absoluten Plan, was jetzt heute abgehen wird. Ich begrüße euch in dieser wunderschönen Straße und wir werden heute ins Altsa-Haus gehen. Das ist das teuerste Einkaufszentrum in Hamburg. So und dementsprechend die teuerste Food Area auch. Was heißt dementsprechend, müsste ja nicht sein, aber da geht es den teuersten Scheiß. Ich bin da vor zwei, drei Jahren durch, habe gesehen, hier, Krampreis, 50, 60 Euro Kaviar, viel mehr noch. Ich laber scheiße. Ich sage einfach gar nichts, weil ich habe eigentlich noch keinen Plan, was ich mache, aber ich weiß, es wird teuer. Wir suchen uns da einen geilen, unnötigen Scheiß raus, würde ich jetzt mal so sagen. Lassen wir es so stehen. Wir sehen uns im Einkaufszentrum. Naja, wir sind auf dem Weg, hier auch überall, Gucci, Mutti, Chanel. Also das ist eine Gegend hier, die ist wild in Hamburg. Das gerade sehe, Leute, Uber. Also für euch vielleicht noch einmal kurz, ein Anreiz, euch bei der Uber Eats App über meinen Code Holle zu registrieren, zweimal 10 Euro gratis abzusahnen auf die ersten beiden Bestellungen ab 20 Euro ist. Bei der Uber Eats App immer heftige Angebote. Guckt da rein, selbst wenn ihr woanders bestellt mal und ihr habt irgendeinen Liefer-Service im Kopf, wo ihr bestellen wollt, guckt bei der Uber Eats App, die haben immer mal heftige Angebote, 2 für 1, 30%, 20%, was auch immer lohnt sich. Einfach reinschauen und nur aus meiner Erfahrung kann ich sprechen. Wenn da mal was schief geht, so, irgendwas kommt nicht mit. Das sind zwei, drei Klicks und ihr habt das Geld zurück. Also ich habe bei anderen Liefer-Service andere Erfahrungen gemacht. Da habt ihr easy schnell Geld zurück. Einfach mal registrieren, wie gesagt, ihr kriegt zweimal 10 Euro gratis. Das geht weiter im Video. Also für die Nicht-Hamburger auch noch vielleicht. Man ist hier direkt an der Innenalster. Sowieso hier komplett Hotspot. Kaum ein Bereich in Hamburg, wo so viel fußläufig unterwegs ist. Da ist das gute Alsterhaus. Das ist ein Bauwerk, wie es im Buche steht, mit Stolz gebaut. Hier auch die teuersten Handtaschen, eine Handtasche für 5.000 Euro und so eine Scheiße. Das ist wirklich harter Tobak. Also ich begreife bis heute nicht, wo der Sinn dahinter steckt. Also kein Discosprojekt, jeder seines eigenen Glücksschmied und bin nicht der Alwissener, aber für einen Tausender Pulloverkauf oder mehr. Also wo ist der Sinn? Ich checke das nicht. Wie ich immer so schön sage, wenn ich so einen Scheiß trage, denkt eh jeder ist gefälscht. Kann ich mir gleich gefälscht kaufen. Macht für mich keinen Unterschied. Pulli aus der Türkei. Zehner. Wie nobel kann Kaufhaus aussehen, also das ist ja echt hier. Passe ich genau rein. Meine Seele ist nobel. Und mein Herz ist nobel. Meine Rechtschaffenheit. Beim letzten Video, wo ich hier war, habe ich es auch schon gesagt. Hier chillt die Elite. Schön um die Uhrzeit hier Wein trinken. 12 Uhr haben wir es gerade. Nee, gar nicht mal halb eins haben wir es. Genau so habe ich mir das vorgestellt, ey. So, hier geht es los mit den ersten Aufnahmen. Schöne Paninis, ey. Das wäre ein Geschmackstest wert. So schöne Paninis im Sandwich Game sind wir gut drin. Können wir gut einordnen. Vielleicht noch Optionen gleich. Wir gucken uns erst mal um. Rindergulasch. Also ich selber mache das beste Gulasch in Hamburg. Rindergulasch, das wäre auch. Das wäre was. Das ist echt so ein Ort hier. Wenn du hier vorbeigehst und dann bist du normalerweise wie ich hier drin. Ich so, blablabla, hast dich hier verirrt. Weil du denkst, du kannst mal einen Cheeseburger für 2,50 Uhr snacken. Also man sieht den Leuten an, dass sie entweder mehr Geld haben oder sich fühlen. Nicht negativ. Erster Eindruck, immer Schwachsinn, sich irgendein Urteil zu bilden. Ich weiß es. Aber trotzdem, das passiert ja automatisch so. Wenn man dann rational danach damit umgeht, denke ich, ist das in Ordnung. Hier ist es jetzt nämlich, da wo wir schon mal essen waren, da haben wir schönen Burger bestellt. Das ist so ein Fleischer, so ein Nobelfleischer. Der hat hier krasse Scheiße auch an Steak. Hier kannst du ja auch direkt ein Steak braten lassen. Das ist wie bei dem anderen Fleischer-Konzept, wo wir mal ein Video gemacht haben. Boah, dann kriegst du auch einen Veggie-Burger zum Beispiel. Oh, wäre was, oder? Finde ich auch immer schön interessant. Kann man ein bisschen gucken, wo was ist. Das ist auch ein Burger, der mir schon sehr oft empfohlen wurde von euch zum Testen und gesagt hat, boah, das ist ein Kracher in Hamburg, musst du testen. Wir machen uns erstmal den Gesamtüberblick. Hier der Dry-Edge-Schrank. Hier geht es auch nochmal weiter. Daneben an, da geht das hier nur, wir dürfen jetzt ein bisschen pixeln alles. Hier kann man wohl Seafood und Käse und so, kann man hier. Hier gibt es nochmal Salami und alles. Ich vermisse aktuell noch die Stände, wo ich letztens geguckt habe. Also wo ich mich daran erinnern kann, wo ich gedacht habe, wie kann man so viel für Lebensmittel ausgeben, wie können 100 Gramm-Preise so teuer sein. Aber das werden wir noch finden hier. Wir gehen erstmal rum, dann entscheiden wir, was machen wir einen Schlachtplan, was wir essen. Hummer essen zum Beispiel jetzt auch. Muscheln kann man hier essen. Sieht schon sehr nobel aus. Guck mal, Rinder-Tatar. 50 Gramm, okay, das ist nicht viel. Trotz, das würde mich interessieren. Okay, 27,88 mit 10 Gramm Kaviar. Ich muss mal gucken, Leute. Ich muss mal gucken, was ich hier jetzt mache. Büse mal Krabben-Sandwich, 35 Euro. Also da kickt die Inflation nochmal extra rein. Gucken wir mal, warum Muscheln würde mich eigentlich mehr interessieren noch vielleicht. Wir wollen eigentlich auf die Kacke rauen. Also ein, zwei Sachen würden mich schon sehr reizen. Beginnen wir mit einem schönen Tatar und einem Büse mal Krabben-Sandwich für 35 Euro. Also ich könnte wetten, dass ich euch danach sage, so lohnt sich nicht. Also was ja lohnt sich nicht, schmeckt geil, aber zu teuer. Aber das können wir mal eben machen. Da werden wir gleich einen Puni los. Auf der ersten Station. Ich habe hier noch die Muscheln gesehen. Was hat das denn hier mit den Muscheln auf sich? Wir haben ja vier verschiedene Ausgaben. Einmal Fingeklär, wir haben einmal die Syltar-Royal, dann haben wir die irischen Felsen-Ausgaben. Ja. Und dann haben wir die Gilardot. Das sind ja so ein besonderer Ausgaben, deswegen sind wir ja auch geschützt. Okay, sind geschützt sogar. Da ist ja ein G. Ah, okay, für geschützt. G vom Gilardot. Achso, ich dachte, G für geschützt. Könnte ich so eine Perle auch finden in so einer Muschel? Kann man Perlen erfinden. Könnte ich erfinden. Wir haben ja auch mal was gefunden, aber die sind so süßig und die sind noch dunkler. Von der lustigen Muschel, da würde ich noch mal eine mitnehmen und probieren. Wie viel kostet eine Muschel? Vier Euro. Das ist ja geschenkt. Vier Euro, Leute. Vier Euro, 78. Dann nehmen wir noch eine Muschel. Haben wir noch irgendwas Exquisites, Extravagantes hier vielleicht? Unser Lachs, der kommt ja aus Nord-Norwegen. Nach alter russischer Methode. Genau. Kalkgeräucherter Lachs nach alter russischer Methode, das ist das Besondere hier an dem Lachs. Deswegen heißt er ja Zahnikolai. Aber der ist ja auch teuer, 635 das Kilo. Den haben wir ja ausverkauft zurzeit. Oh nein, den hätte ich gerne probiert. Den Lachs, den meine ich, wollte ich noch. Den für 41 Euro, den wollte ich gerne noch dazu haben. Den mit Gurken-Wasabi-Salat nehmen wir noch. Das hört sich gut an. Für euch vom Gesamtüberblick, wie das hier aussieht. Hier snack ich jetzt. Hier ist der Bereich. Das ist eigentlich echt chillig gemacht. Wenn ich mir vorstelle, hier sitzen wirklich viele, kriegen direkt hier alles zubereitet. Kommt hier auf den Teller, kannst entweder nachbestellen, kannst du erstmal eine Kleinigkeit bestellen. Schmeckt dir, bestellst du mehr. Also eigentlich cooles Konzept hier. Gediegene Atmosphäre. Ist nicht schlecht. Wenn das Essen jetzt schmeckt, dann wäre ich schon begeistert. Schön die Butter und das Brot. Brot erstmal auf Anhieb. Ich teile ja meine Gedanken mit euch. Sieht jetzt nicht special aus, so ne? Wie normales Baguette. Heute Butter ist aber mega. Die schmeckt krass. Leicht zitronig auch. Wild. Also du merkst, dass sie ein bisschen Dampf gekriegt hat in der Pfanne oder so dieses leichte Röstaroma. Haben die aber voll gegengewirkt mit dieser Zitrone. Sehr spezielles Feeling geil. Also kannst du echt hier die Butternuss senken. Butteraroma ist da milchig sogar. Also die Butter killt mich. So leicht angerüstet. Ganz leicht. Jetzt hätte ich so ein ganz bisschen Feuer in der Pfanne. Richtig heiße Pfanne. Bam, einmal kurz rein. Wirklich nur. Wird wahrscheinlich nicht so gewesen sein, aber so in meinem Kopf gerade. Weißt ja nicht, wie man das macht. Ich hoffe, das wird jetzt nicht das Beste am ganzen Tag sein. Also die Butter, die esse ich so, ey. Ich sag euch, ich will jetzt nicht wie ein Töbel wirken, aber... Kommt schon mal in Essen. Dann werde ich mich da mal ranwagen. Das sieht wild aus. Was haben wir unter dem Tartar hier? Auch geröstetes Brot. Okay. Da bin ich mal gespannt. Sieht sehr lecker aus. So, für euch erstmal so. So, das Brot bei dem gerösteten Krabbenbrot, das war, ich weiß nicht, ob tiefgekühlt kam, erstmal ein Toaster ganz normal. Also es ist im Toaster angeröstet. Sah gewöhnlich aus. Aber der Geschmack zählt. Der Geschmack zählt natürlich. Und da werden wir jetzt erstmal schön gemacht hier mit dem Netz. Gefällt mir. Ich kann mit Stolz behaupten. Viele von früher wissen ja, Heule kann kein Alkohol mehr trinken. Der hat so ein bisschen Problemchen früher gehabt. Da soll wohl ein bisschen Alkohol in der Soße drin sein. Juckt mich heutzutage nicht mehr. Ist auch kein Anreiz irgendwie jetzt Alkohol zu trinken generell sowieso. So, dann tasten wir das hier mal mit der Cocktail-Sauce. Nochmal für euch das Brot. Ganz dezentes, minimales Salatdressing drauf. Hab ich vorher gar nicht gesehen. Das war das Geilste bisher am Teller. Ich hatte so einen ganzen Dillbund im Mund. Wirklich geil. Aber du zahlst hier für die Atmosphäre. Du zahlst irgendwie für dieses Gehobene. Du zahlst für das Gesamtpaket. Brot für mich. Ihr wisst, ich bin immer knarrat ehrlich. Wird wahrscheinlich gute Qualität sein. Schmeckt wie stinknormales Brot. Ist das, was es ist. Die Krabben auch. Stink normal. Also ich sag euch wirklich, real talk. Wenn man für diesen Teller, also es gibt ja auch Krabben im Supermarkt, holt sich ein schönes Brot. Macht für mich geschmacklich absolut keinen Unterschied. In keinster Weise. Auch die Cocktail-Sauce, sehr gewöhnlich vom Geschmack. Das heißt, dass es nicht schmeckt. Das ist lecker. Aber mehr auch nicht. Da auf den Kollegen werde ich jetzt den Kaviar drauf machen. Eine ordentliche Ladung, dass man den auch schmeckt hier. So viele heftige Tatars jetzt auch schön gegessen inzwischen. In den besten Steak-Restaurants überwiegend. Kaviar schmeckt gar nicht raus. Da bezahlst du meiner Meinung nach einfach nur, um es getan zu haben. Nicht für einen super Geschmack. So schmeckst du ihn? Das ist schon ein Unterschied zum Billig-Tatar. 100%. Ich habe letztens schon in einem Video Tatar, äh, was rede ich da? Kaviar. Ich rede die ganze Zeit von Kaviar. Das ist schon ein geiler Fischgeschmack drin. Schmeckt mir wirklich richtig gut sogar. Nicht zu fischig, leicht salzig. Schmeckt das Meer? Oh, ich fühle mich gerade, als würde ich im Meer schwimmen, Leute. Im Meer oder im Meer spazieren gehen. Du hast diesen Geruch in der Nase. So, ich nehme den Bruder jetzt einfach mal hier rüber. Auf den Tatar geht es unter. Groß und ganz sage ich. Ich habe keine Tatar-Preise im Kopf, Leute, aber ich finde es nicht günstig. Es ist ein sehr gediegenes Essen. Für mich ist es gefühlt gerade Frühstück. Aber den Preis, Leute, finde ich, ähm, nicht durch die Leistung gerechtfertigt. Bisschen weniger vom Preis und, oh, absolute Empfehlung, weil es einfach clean ist. So fühlt man sich gut bei dem Essen. Das wird ein geiler Gurkensalat sein. Ich glaube, der wird richtig fetzen. Das ist geräuchert. Ach, geräuchert ist er. Kalt geräuchert. Ah, kalt geräuchert. Das heißt, bei was für einer Temperatur, könnte ich das sagen? Bei 27, 28. Oha. Also noch Rohkostqualität. Schön, danke. Kalt geräuchert. Nach alter russischer Methode. Hört sich wirklich sehr interessant an, finde ich. Auch so Soßen-Akzente. Guck mal hier. Ich glaube, da gilt es rein zu dippen. Kalt geräuchert, das ist echt. Ja, das ist das Erste, wo ich sage, das ist der Shit. Also das ist wirklich. Guck mal, jetzt mache ich was, was noch niemand getan hat. Ich will es nur einmal getan haben. Ich will es einfach getan haben. Wahrscheinlich ist es das Krankeste, Falscheste, was man tun kann. Überhaupt. Aber ich tue es. Boah. Nein, geh rauf. Geh rauf, mein Lieber. Du bist mein letzter Kaviar. Merkt man fast gar nicht, aber schändlich für den guten Lachs. Na wirklich. Das wird wohl der beste Lachs sein, den ich jemals gegessen habe. Kein Scheiß. Konsistenz. Wenn ihr die Augen schließt, nicht wisst, dass das Lachs ist. Ganz verrückt. Das ist so wie so ein Gelee. Wie man in einer Süßwarenabteilung kaufen kann. So ganz weich. Die Konsistenz ist wie Gelee. Besser kann ich es nicht beschreiben. Ganz weich im gleichmäßigen Biss, aber ein gewisser Widerstand. Gar nicht, wie man sich rohen Lachs vorstellt. Gerade wenn es dicker ist, kann es da auch unangenehm im Biss werden. Würde ich jetzt mal behaupten. Nicht unbedingt. Könnte. Also ganz gleichmäßig und perfekt im Biss. Das ist auch nicht wenig, wenn man jetzt von rohen Fisch spricht. Mal hier zwei Stücke. Hier zwei Stücke. Das ist schon wild. Ich schnall den hier weg, als wenn es keinen Morgen gibt. Mal in die schöne Soße rein. Geile Senfsoße, Mann. Der Teller ist der Shit. Also wenn ihr Lachs liebt, geräuchert Lachs. Jeden Cent wert, wenn ihr mich fragt. Das ist scharfer Senf. Obwohl er jetzt nicht so scharf ankommt. Das ist auch, wenn man irgendwas verfeinert. Aber Matt ist ein schöner Bissiger, scharfer Senf. Irgendwie mit Kräutern verfeinert. Einmal noch den schönen Salat. Schnell die Muschel noch runterknallen. Die machen wir auch noch. Und dann geht es, würde ich mal sagen, zum Vacuum Burger. Das würde mir jetzt nochmal zusagen. Habe ich zweimal gegessen. Ist lange, aber her. Und Leute verbessern sich. Produkte verbessern sich. Testen wir nochmal. Ist ein Versuch wert. Das ist der Wasabi-Salat. Auch der Shit, Leute. Leichter Asia-Touch. Sesam oben drauf. Trämig, sahnig. Wirklich super, super, super. Jetzt pass mal auf. Jetzt kommen wir zur Muschel. Ich weiß gar nicht, wie man das isst. Was haben sie denn da reingemacht noch? Ich weiß nicht, ob man das jetzt abschaben muss. Ich bin wirklich ein Amateur. Das könnte sich lösen. Hier hängt es noch. Ich scharfe das mal ab hier. Und rein damit. Ganz mild. So ein bisschen der milde Meer-Geschmack hinterher. Nicht verkehrt, aber. Will ich jetzt nicht wieder bestellen. Aber kann man wirklich machen. Hat so einen gewissen harten Teil, die Muschel, wo man draufweist. Wo der Biss härter ist. Und ein Teil, der einfach weich und geschmeidig fast glibbrig ist. Also glibbrig nicht, aber so in die Richtung. Also eins kann ich sagen, ist teilweise echt unangenehm. Gut, ich weiß, ich bin jetzt nicht perfekt angezogen. Aber zum Schluss sollte man einen nicht aufs Äußere reduzieren. Aber eben gerade habe ich auch schon wieder so einen Blick eingefangen bekommen. Keine Ahnung, wie ich es nachmachen soll. Aber so richtig abwerten. Warte, kann ich nochmal versuchen? Keine Ahnung. Irgendwie so ein wunderbarer, unangenehmer Blick. So, also es sieht folgendermaßen aus. Hier ist ja noch ein Burger-Laden, der gehört dazu. Hat nur einen anderen Namen. Und da werden wir jetzt hin. Die haben auch den Vacu-Burger. Und dann werden wir den nochmal testen. Bin ich sehr gespannt, was der kann. Vacu-Burger wollte ich gerne bestellen. Euren Vacu-Burger. Ist der TK gewesen, der Burger? Oder gekühlt einfach nur? Ah, okay, ist nur gekühlt wirklich. Nur gekühlt? Stark. Aber guckt euch die Marmorierung mal an. Also den Fettgehalt mal an. Das ist schon wild. Das ist schon sehr wild. Stark. Hier noch ein anderer Burger. Das sieht nach gutem Käse aus. Hier auch was genutzt wird. Und dann kommt er nochmal hier rein. Guckt euch mal den Doppeldecker hier an. Perfekt. Dann nehme ich den so mit einfach. Perfekt. Dank dir, mein Lieber. Der Vegu-Burger. Das sah nach gutem Käse aus. Gutem Fleisch. Schön geschmorte Zwiebeln. Der Bun sieht mir ein bisschen trocken aus. Ich weiß nicht, ob sich das bestätigt. Etwas dick. Täuscht auch manchmal. Aber schön kross von außen. Was heißt schön? Ist auch nicht immer unbedingt gut. Wasser ist nicht immer gut. Machen wenige, dass sie ihn wirklich von außen so kross machen. Durchbiss wie durch Butter. Käse kaum spürbar. Nur von der Konsistenz. Ganz milder Käse. Die Zwiebeln sind in der Barbecue-Soße. Habe ich selten. Geschmorte Zwiebeln ja. Aber in der Barbecue-Soße. Aber dezent. Leicht rauchig. Edel. Aber wirklich edel. So einen Burger habe ich noch nie gegessen. Als Medium hingekriegt auch. Aber was maximal faszinierend ist. Das ist so weich im Durchbiss, das Fleisch. Würde ich nicht wissen, dass Fleisch drin ist, würde ich mich nochmal vergewissern. Ganz krass. Was man bei Veggie aber nie vergessen darf. Auch bei diesem richtig krassen, teuren, japanischen Veggie. Ich habe zumindest gedacht, die können immer sagen, wie ihr dazu steht. Wenn man das noch nie gegessen hat, rechnet man immer mit so einem intensiv, starken, kräftigen Geschmack. Das war es bei mir aber nie. Ist nicht jedes Fleischstück gleich. Das ist ganz klar. Aber die, die ich gegessen habe, waren eher weicher, geschmeidiger, eher buttriger am Geschmack. Der Biss war das, was er ausgemacht hat. Es zerläuft im Mund. Es ist ganz krass. Also es zerläuft. Es ist wie nichts im Mund. Der Salat noch schön knackig. Der Eisbärmsalat. Alles sehr dezent bei den Burger halten. Eigentlich schlau gemacht. Von der Idee, du hast ein weiches, geschmeidiges Fleisch. Du willst jetzt nicht auch noch einen kräftigen Käse geben, eine ganz kräftige Soße oder kräftige andere Zutaten, damit das Fleisch schon möglich komplett untergeht. Nein, du machst es dezent. Das ist in der Theorie der richtige Ansatz. Aber im Gesamten fehlt einfach die Intensität. Du hast keinen Käse. Du hast keinen Fleischgeschmack. Du hast dementsprechend gar nichts. Und wenn schon kein Fleischgeschmack da ist, hätte ich mir wenigstens intensiven Käse oder so gewünscht. Aber es ist halt in der Hinsicht zurückhaltend. Aber der Burger, der Bock trotzdem. Ich sag euch, der Bock trotzdem. Bringt Spaß zu essen. Fehlt aber die Intensität. Wenn dann 7,2 wäre ich an der richtigen Adresse. Tolles Produkt. Quali 1a. Wenn man auf dieses geschmeidige komplett abfährt, ist es genau das Richtige. Ich will noch ein Steak, Leute. Ich will noch entweder ein Backstücksteak oder ein Dry-Edge-Steak. Ein Steak auf schnelle Welle geben wir uns noch. Übrigens Bewertung wahrscheinlich. Bei den Gerichten vorher. Der Lachs. Ich bin nicht im Lachs-Game drin. Na, es war mindestens eine 9 von 10. Die anderen Dinger, Tata, so eine 7. Das andere so eine 6, 7 oder so. Es war wirklich nicht berauschend. Aber sehr lecker. Sehr lecker. Aber für den Preis hätte ich mehr erwartet. Jetzt noch einmal Steak. Steak beim Beißer. Da war voll wie Hulle. Habt ihr das gesehen zwischendrin? Da war die Holle los. Man weiß gar nicht, was man nehmen soll jetzt hier. Guck mal, wann sieht man mal ein Filet mit so einer Marmorierung? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich muss beinahe das Filet nehmen. Mit der Marmorierung sieht man selten. Ich weiß es nicht. Oder nehme ich kein Filet. Ich muss auf mein Herz hören. Und Rib-Eye ist auch immer on top. Oder bisher haben mich immer Dry-Age enttäuscht. Frag mich nicht, warum Dry-Age hat mich bisher immer enttäuscht. Oh, und da wäre das Vagy. Das wäre natürlich wild nochmal. Mein Herz sagt Rib-Eye. Ich habe viel Rib-Eye gerade gegessen. Mein Herz sagt Rib-Eye und das werde ich auch tun. Da ist unser Fleisch. Guckt euch auch von hier die geile Fettschicht an. So ein schönes Stück Fleisch ist wie ein Kunstwerk. Das genehmen wir uns gleich und da haben wir eine schöne, abgerundete Futur hier am Start. Der ist auch bekannt in Hamburg wirklich für seine Quali. Für das außergewöhnliche Fleisch. Auch Sachen, die man woanders nicht bekommt. Geile Marmorierung. Alles super. Da haben wir den Ehrenbauer. Das riecht so geil. So schön perfekt angebraten. Rosmarin dazu. Ich liebe es. Auch zu Hause. Das erste, was ich früher mal so bei Tutorials, äh, YouTube gesehen habe. Rosmarin mit in die Pfanne. Oder Knoblauch. Oder beides. Zack, dazu. Geiles Aroma dazu. Ich merke beim Schneiden schon, es ist maximal zart. Es ist maximal zart. Schön perfekt gegart. Super zart, super weich, butterig. Ich sage immer, butterig von dem intramuskulären Fett. Du merkst die Geschmeidigkeit. Leichter, dezenter, feiner Fleischgeschmack. Jetzt nicht sehr intensiv, aber du merkst den schönen Fleischgeschmack. Schön ein bisschen Salz noch zu. Dann will ich generell hier nochmal ein bisschen erhöhen, den Salzgehalt. Das ist richtig, was wir gemacht haben. Ich finde es katastrophal, wenn so nichts drauf ist, finde ich komisch. Wenn man auch nicht mit rechnet, beißt rein, fehlt der Geschmack. Schön fein mit dem Salzgehalt. Ich habe ein bisschen nachgearbeitet jetzt. Schöner Fleischgeschmack. Perfekte Kruste auch. Also, schaut euch mal an. Ich versuch's jetzt mal. Seht ihr außen die Schicht. Besser geht wahrscheinlich immer. Aber vom Mundgefühl ist das klasse. Das sind ganz feine Schichten. Röstung, ganz leicht, geschmeidig, knackig. Also wirklich knackig. Es knackt richtig. Der Rest ist butterweich. Also super gegart. Absolute Empfehlung hier, sich ein Stück Fleisch zu gönnen. Schmeckst leicht den Rosmarin. Draufbestehen. Rosmarin muss dabei. Ich weiß nicht, ob sie das immer machen. Eins darf man nicht vergessen. Ultra saftig. Saft explodiert im Mund. Super. Habe ich außen die Fettschicht, die wir vorhin gesehen haben. Habe ich gerade bei sehnlich, aber geil abgezogen. Beim Biss zum maximal fettigen, geilen, intensiven Geschmack natürlich. Ich genieße mein Steak zu Ende. Letztlich doch richtig geile Sachen heute gegessen auch. Kuss an euch. Das ist wirklich wild, was gerade passiert. Wie heftig ihr klickt. Wie heftig ihr liked. Explodiert gerade der Kanal. Also dafür dickes Dankeschön, Mann. Kuss, kuss. Lass gerne wieder den Daumen oben scheppern. Und ein Kommentar da. Und ein Abo, wenn es noch nicht getan hat. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Ja. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020